Das zarte, mildwürzige Fleisch der Auster ist für viele eine Delikatesse. Beim Kauf sollten Sie darauf achten, dass die Schalen fest geschlossen sind. Legen Sie die Austern zum Öffnen in ein Tuch, da die Schale sehr rau ist. Die Auster dann mit einem speziellen Austernmesser oder einem kurzen, kräftigen Messer öffnen. Mit einem Pinsel lassen sich Sand- und Schalenreste entfernen. Das Fleisch dann aus der Schale lösen und je nach Rezept roh servieren, gratinieren oder in Teig ausbacken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017